Heute möchte ich mir dieses Teil hier fertig machen und zwar hatte ich das schon für den Herbst gekauft aber irgendwie bin ich im Herbst nicht dazu gekommen und ich würde mir hier gerne auf dem Tisch alles in hell machen in weiß die Sterne hier aus Holz die mache ich mir auch noch weiß und dann habe ich noch einen Balken den mache ich dann in weiß das zeige ich euch aber alles nochmal jetzt fangen wir mal hier erst mal mit an das soll nur Natur werden so ihr Lieben auch wenn das ein bisschen albern aussieht mit der Mütze aber mir ist kalt und ich bin ja noch ein bisschen erkältet ich mache hier jetzt meinen Kaninchendraht oder beziehungsweise Hasendraht und drücke ich mir jetzt hier so rein ein bisschen abfüssen damit man sich nicht sticht und dann kann ich da schon dran arbeiten der steht jetzt ein bisschen höher und da kann ich jetzt ganz toll schon mal meine Tanne rein machen einfach so reinstecken aber immer so mit einem guckt mal mit einem von diesen Auslegern jetzt hier durch damit das auch hält das habe ich jetzt so gemacht da kann ich jetzt alles so weitermachen das schneide ich mir jetzt alles zurecht und zeige es euch jetzt gleich nochmal bis jetzt ist schon so das gefällt das muss ich schnell das ist schon so das ist schon mal das ist schon so das ist schon mal das ist schon mal So, jetzt geht's. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So, das ist einfach immer so weiter. Man kann das auch immer so ein bisschen weiter durchschieben und wieder zurückholen, dann bleibt das ja auch schon mal dahin. So ist das jetzt schon alles mal zu. Ein ganz bisschen hole ich mir, glaube ich, noch von der Tanne. Ich habe noch welche, aber ein bisschen dichter dürfte das noch sein. Dann habe ich das langsam so zu. So ist das jetzt schon mal. Jetzt habe ich hier auch noch ein bisschen Kiefer. Dann stecke ich alles in den Hasentraut. Dann kommen wir mal durchschieben. So. So. Ein bisschen Kiefer holen. So. 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 Schiffen? So, jetzt hab ich hier noch erstmal noch mal in den Teufel. Das muss ich auch reinstecken. Das sind zwei schlechte Blätter, die müssen auch raus. Ich hab hier noch diese Bratungen, da mach ich noch Krampen vor. Dann kann ich das jetzt schön festmachen. Ich hab hier noch mal in den Teufel. Ich hab hier noch mal in den Teufel. Dann noch ein bisschen hoch. und dann machen wir noch ein Stück rein tun und die drehte ich jetzt an. Und hier mache ich jetzt so eine Art Wiederhaken. Wenn ich das jetzt hier rein stecke, dass das nicht wieder raus kann. So ein Stück weit weg. Das war's. Jetzt müssen wir jetzt die Schubel. Jetzt müssen wir die Schubel ein bisschen. Dann haben wir schon etwas dazu. So weiter. So weiter. Okay. Okay. Das ist jetzt genug. Und hier auch stellen. Finde ich das eigentlich sehr schön. Ich könnte das jetzt auch mal andersrum stellen. Dann stelle ich das da hinten hin. Dann stelle ich die jetzt davor. Das gucke ich gleich mal. Ja. 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 Ja.